Es ist Zeit zum Ablegen. Sir, Freier. Ist das Schiff bereit? Alles ist an Bord und die Männer sind bereit. Gut, Gogler. Mit gutem Wind und Odins Willen werden wir bald wieder zurückschalten. Geh nicht. Ich muss. Bereit, Erik? Alles bereit, Sir. Freier, ich kann nicht in Frieden sterben, solange auf Gunere nicht unsere Fahne weht. Sei stark, so wie ich es dir beigebracht habe. Sei vorsichtig, Vater. Vor dem nächsten Vollmond wirst du meine gute Frau sein. Solange ich weg bin, änderst du besser dein Benehmen. Oder ich will es für dich ändern. Bring meinen Vater sicher wieder zurück und ich werde dir eine gute Frau sein. Leinen los! Besetzt die Flanken! Abstoßen! ... ... ... Wir müssen zurückfadern, was uns gehört. Aber gehört es auch uns? Oder beansprucht Odin die Insel, um das Biest dort gefangen zu halten, damit es nicht woanders hin kann? So oder so, ich werde unsere Fahne auf die Insel setzen oder beim Versuch sterben. Bei Odin. Hiss die Segel! 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 Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen. Wo ist er? In der Hölle, würde ich sagen. Nein! Nein! Thorsten lebt vielleicht noch. Und dieses Biest ist uns vielleicht auf den Fersen. Er ist unser König. Er ist unser König. Der König ist schneller von uns gegangen, als er geblieben konnte. Der König ist schneller von uns gegangen.